In diesem Video lernst du das Vokabular und einige Ausdrücke und Sätze zum Thema Körper im Spanischen. Du solltest den Singular und Plural von Substantiven und Adjektiven, die Possessivartikel sowie die wichtigsten Verben kennen. Nach dem Video kannst du den menschlichen Körper beschreiben und sagen, was weh tut oder wie jemand aussieht. 1. El cuerpo. Aquí hay una chica. Vamos a aprender las partes del cuerpo. Wir lernen die Körperteile. La cabeza, der Kopf. El cuello, der Hals. El ombro, die Schulter. Plural los. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.